So, diese Karte ist relativ gut, ich werde jetzt normal spawnen müssen, das ist ja blöd. Was heißt normal spawnen müssen? Panzer ist weg, alles weg. Bist du, bist du mein Trupp? Ja. Ich bin nach wie vor im Ladebildschirm. Okay, ich stürme vor, zu E. E wie Emil. Ich komme dann, wenn du am Ei neben bist, ne? Oh ja, kein Problem, hier fliegen schon die Flieger. Lol, die sind zusammengeflogen. Okay, der Bombe ist auch schon da oben. Zwei springen runter. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt es. Ich bin hinter Ihnen, Kommandant. Oh, warum leckt es denn jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Never mind. Immer dran denken, Befehle, ne? Ja, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Hier, hier ist irgendwo ein Feind. Ein Feind, ein Geknab. Der ist ja im Zug drinnen. Der war hier im Zug drinnen. So geil, einfach hinter ihm die Tür aufgemacht, ne? Hast du dann wenigstens ein Messer in den Rücken gestochen? Verteidigt hast du hier! Damit kommst du auf die Beine. Panzer! Den habe ich schon gesehen. Fliege auch schon wieder. Komm zu dir, Kamerad. Ist auch irgendwo ein Pferd, glaube ich. Oh ja, das ist ein Panzer. Der hier im Bombendeppich hier. Ich seh mir die Wunder an. Oh, da ist noch immer der Panzer. Ja, Dankeschön. Biermann, erste Hilfe. Der Panzer steht da genau ums Eck, ne? Jupp. Oh, scheiße. Bomben. Ah, Mist, der hat mich. Achtung, da kommt ein... Ah, er ist schon zersprengt. Kannst du heilen? Danke. Oh, jetzt bin ich down. Dieser Panzer, echt... Keine Chance. Vielleicht nehme ich doch mal Sturmsoldaten. Jetzt hauen sie auch noch Gas hin, ne? Ah, wie das hier schon aussieht inzwischen, ne? Mega heftig. Ja. Shit. Tot. Ah, von links flankiert auch einer. Vom Panzer. Das haben wir verloren. Das ist so ein fahrendes Ungetüm einfach. Der ist halt nicht mal angekratzt. Das ist ja nicht mein Leichterlach-Schaden, der da drauf ist. Ah, hinter dir ist ein Pferd, ne? Der hat mich gerade geholt und so. Kannst du mich noch aufheben, oder? Ne, ne, ich bin doch schon längst woanders. Wieso? Weil ich tot war. Ach so. Hey, wir sind jetzt mehr im Squad, oder was? Ja, der hat sich gefüllt. Weil du immer so fleißig die Order gibst. Wegen dem LP wahrscheinlich, ne? Ja, na klar. Momentum-Mogi-LP, das muss ja Wahnsinn. Da ist irgendwo einer, der mit Gas spielt, ja? Mit Gas, mein Freundchen, spiele immer nur ich. Wen hast du, ne? Da ist keiner drin gewesen. Hier? Wo geht's als nächstes hin, Chef? Ich diene ihnen. Wir gehen auf C. B. Verteidigen. Mist. Mist. Jetzt hat er auch noch freigelassen, ne? Verteidig die Stellung. Oh, wie soll ich ein Schachsitzel? Ja, hinten sind ein paar abgesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Dankeschön. Hier sind ein paar abgesprungen. Achtung. Ja, die haben einfach ein bestes E-Mal-Sicht, ne? Okay, einen hab ich hier. Okay. Perfekt. Verlieren Einsatzziel Berndta. Verlieren Einsatzziel Berndta. Merch sie zurück! Okay, ich glaub, wir haben alle. Da oben snipen, wenn sie runter und so. Aber wir verlieren den Punkt, was geht denn? Kann ja nicht sein. Da müssen ja richtig viele sein. Shit. Mit der Levi's Gun, weißt du. Wo bist du, mein Kamerad? Ich bin an der Flagge. Ich verteidige sie mit meinem Leben. Okay, ich geh ein bisschen in den Angriff. Diese Schachschützlein sind halt echt die Pest, ne? Ja, hast du da nicht irgendwie so ein MG steht hier? Das nehmen wir jetzt einfach und knallen sie alle runter. Ist ja voll wurscht. Na, dann knallen sie mal drauf. Da ist ein Panzer, da ist mir wurscht. Ja, super, jetzt ist keiner von den blöden Sniper da, ne? Auf C, Kamerad! Wir stürmen jetzt auf C. Rund um meine Ohren fliegen schon wieder Kugeln und so, ne? Also das ist halt wirklich... ...schlimm hier. Das reinste Schlachtfest. Oh je, so viele. Feind getroffen, shit! Ich hatte die Spritze heraus und ich hab den Feind getroffen. Mit 22 Schaden. Jetzt ist Reflex, hab ich gedrückt. Ich spaw noch bei B, wenn sich's ausgeht. Geh ich auch. Bin da. Holen wir uns den Punkt zurück. Einen hab ich. Granate! Panzer! Panzer! Das ist nicht gut. Boah, der hat das voll schöne Icon. Das ist ja süß. Shit! Ah, Mann, Mann, Mann. Wie sieht's denn aus? B, C... Ja, B ist weg. B kannst du vergessen. Ich spawne jetzt auf D und geh nach C. So, ich hock mich jetzt hier mit in den Panzer rein und dann geht's mal geradeaus. An die Front, Mann, Soldat! Jawohl! Weil... Ohne Widerrede! An die Front geht's erst nach dem Todes-Screen. Da war noch einer. Bei mir. Ja. Ah, komm, der rennt mich einfach um mit seinem scheiß Pferd. Pferd ist aber tot. Boah, es tut mir immer voll leid für das Pferd, ne? Hast du das Pferd umgebracht, oder? Ja, ich nicht. Ich hab nur gesehen, wie's gestorben ist. Ich hab mich, Horsi, Horsi. Oh, Granate rinnen. Jupp. Wir haben Hilfe, mitzum. Pass auf, ne? Fast, hab ich ihn fast. Nettig? Eventuell? Ja, komm, YOLO. Hab ich dich? Nee. Ich hab auch gesehen, wie du da lang gehüpft bist. Spawn bei mir einfach. Spawn bei mir. Halte die Stellung. Natürlich. Ich bin hinter dir. Ich zieh auch drauf. Oh, shit. We don't need no water, let the motherfucker burn. Hast du meinen, hier? Ich li- Burn. Dankeschön. Wer ist denn da, ich? Ah! Hat mich. Aber mich nicht. Du bist kein Heiler, oder? Nee, leider nicht. Ma, komm. Was spielst du grad? Ich bin grad Sturmsoldat. Und jetzt bist du tot? Nee, ich nehm grad hier ein bisschen... Ach, schade, die sind halt nicht so gut funktioniert. Gibt dir einen schönen Punkt, wo du mit der Flacke auf den gegnerischen Spawnpunkt schießen kannst. Vielleicht ein bisschen gemein, aber es funktioniert. Aber ich bin gleich bei dir. Zwei Sekunden. Ich bin gleich bei dir. Liegt hinter dir. Ich helf dir. Erste Hilfe, greif zu mal. Boah. Feuer. Erste Hilfe. Danke. Verbrennt. Oh mein Gott, mein Kerl. Schade, jetzt brennt er nicht mehr. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Au, 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 au. Oh, oh, oh. Ich brenne. Ich brenne. Ah, da kommt einer von oben, positiv. Rette mich. Lebst du noch? Ja. Super, knapp. Komm, da kommt einer raus, ne? Mit zwei Leben. Komm schon. Brauch jemand, der selten hat. Vorne bei mir? Jawohl. Oh, das ist so, oh, das ist so liebens viel. Oh, das war eine schöne Granate. War die von hier? Ja, ah, dich habe ich erwischt. Von hinten, Achtung. Hast du ihn? Ja. Sehr schön. Au. Bist du tot? Oh, dich lebe wieder. Dann spawn ich bei dir wieder. Hier, erste Hilfe für dich. Mir geht da langsam mit der Mission raus. Achtung, hinten ist auch einer. Oh, nein. Ah, der ist fast tot da oben. Zwei Leben nur mehr. Wo denn? Da oben gleich. Ah, ich sehe wo. Oh, shit. Die Granate war richtig gut. Ja. Jetzt mache ich auch mal einen auf Sturmsoldat. Und spawnen direkt drinnen. Wie? Zack. Oh. Ach, du Scheiße. Ich glaube, du kannst bei mir drinnen spawnen. Bin ich tot. Dann bring dich um. Ich bin seit Ewigkeiten nicht gestorben. Und ich habe auch keine Munition mehr langsam. Bring dich um. Nein, nix. Der Endsieg muss gewahrt werden. Was? Tun sie doch nicht so überrascht. Mein Herr, wir wussten alle, worauf das hier hinauslaufen würde. Unser Luftschiff ist unterwegs. Ne, mir wunders. Mich hat gerade gegen so einen Panzer runtergeholt. Wo ist er denn? Du bist auch tot. Ne. Am nicht bei dir spawnen. Ja, weil gerade wieder einer rein ist. Ah, okay. Über den Wolken. Panzer. Panzer bei D. Aber doch, ich kann was dagegen machen. Ist das bei mir? Ne, oder? Hä, wie habe ich denn den Tank... Oh, das gibt es doch nicht. Ich habe dreimal C4 an ihn dran gepackt und er stirbt nicht. Eine unglaubliche Frechheit ist das. Eine unglaubliche Frechheit. Oh Mann, Alter. D wird vom Panzer eingenommen und ich kann... Ich komme nicht dazu, ihn aufzuhalten. Ja, du hättest bei mir spawnen können, aber haste nicht. Oh, es funktioniert bisher auch so ganz gut. Alter, was... Wir haben Einsatzziel... So ein Chaos. Oh, nein. Oh. Oh nein, meine Deckung ist weggebombt. Wir haben Einsatzziel David erobert. Was für eine Deckung. Ja, das kann ich dir jetzt leider nicht mehr zeigen, denn die ist weg. Weil, da ist nichts in der Luft, was ich irgendwie abschießen kann, ne? Puh, wieder mal eine sehr toughe Runde. Sind wir eigentlich am Gewinnen oder sind wir am Gewinnen? Ähm, wenn wir ein Zeppelin haben, sind wir für normal am Verlieren. Ah, das ist nicht gut. Oh, shit. Ja, wir sind ein bisschen hinten, aber das können wir eigentlich noch aufholen. Ich repariere gerade mein Flugzeug. Er war fast kaputt. Nein. Fast, ja. Ich versuche mich mal ein bisschen weiter nach hinten durchzuarbeiten, dass wir vielleicht mal zu A rankommen. Und dann machen wir quasi von beiden Seiten. Bombardier mal A. Aber ich glaube, bei A ist nicht viel. Bist du gut im Flugzeugfliegen, so generell? Nö. Okay. Weiß niemand. Aber macht ja auch nix. Wer nicht übt. Wer ist das so schön? Früh übt sich, was ein Häkchen werden will. Ma, jetzt ist mein Flügel getroffen. Jetzt zieht die ganze Mühle nach links. Ah, ich sehe dich da oben rumgorken. Halt noch ein bisschen durch. Ich arbeite nämlich zu der Flak durch, die dich da hinten abknallt. Oh. Oh, der Zeppelin ist runtergefallen. Ja, wenn nicht, auf mich. Wobei runtergefallen vermutlich ein bisschen... ...untertrieben ist. Du bist tot. Ich lebe. Du könntest bei mir spawnen. Ja, mach ich. Hier war die Flak, die dich abgeschossen hat. Also, falls du Rache möchtest... ...der müsste hier noch irgendwo sein. Ist das ein Panzer? Der ist tot. Okay, das wird unser Punkt sein. Das Ziel dort. So. Ich hab die beste Waffe hier. Echt? Wir haben eine Schot. Achso. Ja, die ist gut. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Töte den Hundesohn. Der ist schon tot. Gib mir mal ein Helfpack. Du wirst kein Medic mehr, oder was? Ja. Einmal in meinem Leben brauche ich ein Medic. Du hast gut gedient. Und da bin ich tot. Für Ruhm und Vaterland werde ich kämpfen. Ja, immerhin. Wenigstens für irgendwas. Das stimmt. So. Und jetzt kommen die alle hinten nach A. Und da können wir in der Zeit C einnehmen. Hier sind keine Feinde bei mir. Was? Bist du aber am falschen Ende der Karte, mein Freund? Da ist ein Pferd. Also das Problem mit zu wenig Feinden hatte ich bisher noch nicht. Ein Luxusgut, sag ich dir. Wo sind die Gegner? Mein Freund. Wo sind sie? Da drüben. Wir haben Einsatzziel Werther erobert. Ah, bist du da? Ne, du bist nicht da. Schade. Oh! Das lohnt halt nicht. Wenn ich da jetzt rübergehe, bin ich sofort tot. Bisschen mies ist das. Ich bin gerade bei C am... Ich bin auch... Richtung C. Wir haben Einsatzziel David verloren. Wir müssen halt auch irgendwann mal vorwärts hier. Meine Betsy regelt doch schon. Fuck, hinter mir war ein Gegner. Die miese kleine Ratte. Ach, shit. So knapp. So fucking knapp. Nee, wir haben Albert verloren. Komm, 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 komm. Ja, danke. Ah, das gibt es nicht. Ich bin nicht gut. Wir haben Albert verloren, mein Freund. Wir sollten sich Albert wiederholen. Das war ja das Ziel. Dass wir jetzt C kriegen, weißt du. B lässt sich besser halten als A. Das Ziel da! Erobern! So, ich bin auf dem Weg zu A. Wir brauchen dich hier, Mann. Wir brauchen dich hier. Shit! Mich hat's erwischt. Oh, ich bin ein Panzer. Oh, ich bin ein Panzer. Oh, ich bin ein Panzer. Das macht Sinn. Ich auch. Ich bin ein Panzer. Warum ich nichts sehe. Wissen Sie, ich bin hinten. Ist voll blöd. Hinten ist voll blöd. Ich sitz ganz hinten im Bus. Bei den coolen Kids. Nee. Wie lasse ich denn das Ding wieder hoch? Warum geht denn das Chase Gate nicht hoch? Mann. Ich habe doch die gedrückt. Das ist das nicht. Ich wollte euch reinlassen da. Lasst uns ein, ihr Kinder. Ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türchen. Lasst mich nicht erfrieren. Bam, 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 bam. Battlefield 1. Ja, weiß nicht, wenn das Tor nicht aufgeht, was macht der jetzt davor? Achso, wir müssen, ach du musst halt hier stehen bleiben, weißt du? Das ist das große Problem. Rein, 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 rein. Ich kann es nicht lange aufhalten. So, jetzt. Puh, das war knappe Sache. Hauptsache, hier stehen 10 Medics und keiner hat mir mal einen Medic-Pack gemacht. Oh, der zappelt. Oh, der zappelt. Ist das zappel-Film? So, Leute, macht was draus. Weißt ihnen den Arsch auf. Nein, ah, fuck. Siehst du, wo ich tot bin zufällig? Nee, ne, bist du weit weg. Boah, euer Panzer wird jetzt gerade von der Seite mega bombardiert. Da müsst ihr was gegen machen, Leute. Na, ich weiß. Erste Hilfe, greift zu. Shit. Haben ich. Sie haben mich. Zivo, hilf mir. Ah, fuck. Mich auch. Wir haben David verloren. Meine Fresse, wir haben David verloren. David, oh nein. Und das Match auch gleich, ne? Sag's nur so. Sag's nur so. Aber diesmal ein bisschen knapper als vorher. Nee. Ach, scheiße. Wir haben ja auch keinen einzigen Punkt mehr, ne? Außer eh jetzt. Der wird uns auch sicher gleich tot. Ah, scheiße. Toll. Aber sie haben tapfer gekämpft. Niederlage. Ah, das war auch echt knapp. Ja, nee, knapp war das nicht. Knapp war, was ich letztens hatte. 1000 zu 998. Das war knapp. Ja. Aber doch schon deutlich knapper als vorher in das, wo wir nur irgendwie 600 Punkte hatten. Es war eine historische Schlacht. In der Tat. Dann schauen wir uns das ein bisschen an, ne? Die Bilder teilweise sind einfach so herrlich, ne? Das ist so. Und kriege ich ein Battle Pack? Dann schauen wir mal an den Punktestand. Ah, ich auch nicht. Ich hab 14 zu 16, naja. Negativ. Du hast 24 zu 7, not bad. 17. Not bad. Was? 24 zu 17. Ah, okay. Da muss ich mich korrigieren. Nach undorf. Ja. Ich hab, warum. Ich hab aus. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Was? Was? Ich hab. Bandsen. Be spät. Be spät. Komp compartment. Beats. Beats. dud lifetime. oro柄. Ich hab. Her. Debbie.